... Musik... ...später wieder in der Rolf dann runter zu euch hin wenn sie... Oh, da kommt noch eine von oben! Vorsicht. Ja, ich bin dahinter aber weit weg in dem Schlag... Ja, danke Jos! Das so wunderbar war. Da bist du dahinter sie sich runter stürzen aber sagt er nichts. die ist wieder hochgezogen ja ich drehe mal über südlich raus, ich sehe sie gerade nicht mehr die hohe, ich höre hinter mir aber die hohe ist nicht der eine ist jetzt runter gegangen ja oh die andere kommt wieder ran ja ist das? ne ist die 109, wo ist denn die hohe hin? die ist nämlich hochgezogen in der sonne glaube ich ja da oben ist er noch relativ hoch, er kommt jetzt wieder runter, vorsicht wer mir folgt die geht auf eine 109er hinter mir auf hallo 30 ich bin direkt hinter dir, aber ich sehe sie nicht, scheiße, ja die kommt jetzt schnell ran ich würde so in den nächsten fünf sekunden schießen wenn du behaust, aber ziehst du gut runter, ziehst du noch ein bisschen runter wenn es geht er hat noch sehr, er hat abgelassen, er geht wieder hoch, jetzt freue ich immer, dass es reicht, aber ich denke es nicht, ne gut gemacht, joss ich folge ihr mal, ja, dann tue ich sie zumindest ein bisschen unter druck setzen, die fliegt gerade auf fremd point zu ja, ich versuche euch, mit einer weiten 6 ja ja, dreht rum mir fehlt leider, dass die, ja, die energie ja, die kommt, die stürzt jetzt runter nee, warum soll sie das machen geht es jetzt über lisa, geht runter ja oh, Eva schießt auf mich oh, Eva, ich habe 6 ja, ich bin bei dir, ich versuche mich mal dahinter zu setzen ja, ich kriege jetzt selber die Spit als 6 schritt mal runter so, Kühler zu und durch das schöne an der E4B ich seh dich da unten, joss ich komme mal runter und gehe auf, nein, Torwart ist dahinter, gell soll ich irgendwas machen, lisa äh, ne, wenn es geht, einfach so weiter fliegen ja ja, ich habe meine hat abgelassen ja, die ist relativ weit dahinter, ist kein das ist relativ weit ja einfach weiter fliegen Spitty oder eine Hörry? Hörry, wie es ausschaut Hörry, okay, dann gehe ich gleich in den ja, war ein 20er dabei, schön oh, Level aus, Hörry, lass mich doch rankommen ach, gerade äh, bist frei, joss, gell danke schön, danke schön naja, das meiste helfe wenn ihr könnt, checkt bitte mal gern ich gucke mal mit der Hörry ein bisschen ob noch die Spitty, die war zwar abgebrochen aber nicht, dass er doch noch mit runterkommt ich bin nochmal auf der Hörry dran ja, ich gehe dann nacht hier rein, dui so, ich berühre nur euch drei jetzt ja, einige 20er oh, Pilotfil, glaube ich sogar ja, Hörry, Hörry, Hörry ja, der hatte vorhin schon ordentlich mitgegeben oh, was ist da über mir ich berühre jetzt nichts anderes hier ja die Spitty hatte ebenso auf Hallow vielleicht 30, 40 abgelassen aber heißt ja nix oh, was habe ich denn da hinten 109 in der Lisa ich bin so weit weg, um mehr zu sehen ich denke, dass es die Spitty ist ja, ja, da ist eine Hörry der Rolf hat gerade geschossen ja, ja, die ist auf mich gegangen hat aber nicht getroffen ja, ja ich bin dahinter jetzt wenn du jetzt einigermaßen geradeaus fliegst, wäre super aber, oh, du bist da noch viel zu weit weg es gibt doch nicht solche Entzugs das sehe ich aus vier Kilometern Entfernung dass das nie und immer gut geht ja, oh, warte mal, der macht den Windes die hat irgendwie einen Spritleck aber nur kein Wasser äh, ne Spitty ist auch noch hier, gell? ja, ich glaube, da sind zwei, ja kommt jetzt irgendwas runtergestürzt? äh, die Spitt mit Wasser, die geht jetzt auf mich vorsichtig, einer kriegt ja, boah, schieß nochmal ich bin jetzt über euch, Stütze rein ich komme jetzt langsam auch wieder dazu ja, ich gehe mal auf die mit, äh, mit Sprit, gell? ähm, ja ja, da bin ich gerade hinten ja, ich sehe dich, du bist von mir hier aus gib Gas, gib Gas bin dann direkt hinter dir na, die ist weg ja, scheiße na, ist so gut, ist Torwart frei, wo ist er denn hin? ja, ist frei, frei ah, ist nur eine Hörige, ja ja, ist nur eine Hörige, deswegen äh, äh, hinter mir der Hörige war gewohnt, der uns war in der 6 Grad, die Spitt, die fliegt aber auf England zu Graz, auf 0 ja, Hörige dreht über Roll, an Deck ja, versuch jetzt nochmal 109 was mitzugeben, die über ihr rumkurvt ich gehe da rein ja, ups, ich sehe dich jetzt nicht ja, komm aus der 6, der Hörige jetzt äh, du bist vor mir ja, die Hörige ist hinter mir ja, ich hänge der ist bis frei ja, ja ich gehe rum ja, noch 20er mitgegeben, da flugt noch ein bisschen was weg vom Höhenruder, glaube ich äh, ich bin dahinter, ich gehe mal rein ja, ja, die springt ab ja, die springt ab ja, die andere Feinbrustine war auf 0 ja, seht ihr nach, wenn ihr nach St. Markets schaut, ist gerade noch einer runter auf Hallow 10 gestürzt oder 5 naja, Viktor da ist noch einer von euch dabei, oder? negativ einer zieht jetzt nach ja, ich gehe gerade um dann machen wir noch schön Hörige oh scheiße, nejo, da stürzt gerade eine Hörige auf mich eine Spitty wo bist du genau? ich bin gerade westlich rausgeflogen ich habe einfach umgedreht und westlich geflogen hier habe ich eine Spitty auf Hallow 37 wo ist denn hier genau? St. Margret und dann südlich raus über Wasser zwei Kontakte, drei Kontakte jetzt ja, sind es nicht teilweise so weit ah ja, ich sehe die Spitty ich, äh, gehe mal dahinter bin gerade in ganz guter Position ja, ich sehe die das eine, die geht jetzt über Rolf runter genau, direkt, ist fast südlich von Dover, oder? so süd-östlich live ja, genau genau, da kommen jetzt ja die ganzen anderen auch rein ähm, von oben stürzt von oben stürzt jetzt auch einer rein bei euch Vorsicht ja sind noch 109 gewesen, die da rein stürzt ich sehe eure Spitty mhm, daneben wieder schade bin raus ja, bin auch raus Vorsicht, da schießt noch was ja, da sind ähm, ganz viele 109er mittlerweile was, was ist denn hier ne, zwei Mottes hier ja, und zwei Feindmaschinen übrigens ne, 110 hopp oder? ne, könnte auch nur eine sein ja, ja bleib mal ein bisschen oben juda10 von 109 an, aber ich erfülle es gerade übrigens aus der 6 ran. Ich schieße es gleich in ein wenigen Sekunden. Ja, dann mach das mal. Ja, ich bin schon raus wieder. Ja, durch, bricht runter. Hier ist ein 109 glaube ich. Die 110 hängt dahinter jetzt, gell? Ja, er zeigt wo, Vorsicht, wenn er dann macht er, ich komm ran kurz, oder? Ne. Oh, geht auf die 109. Ich glaube, das ist noch mal eine Spitfrage, auf jeden Fall. Ist es so, oder? Ich habe nur eine bis jetzt gesehen. Ja, ein paar Treffer, aber ich glaube, nichts würde. Er folgt einer 109 in einer steigenden Rolls, gell? Aber ich dürfte nicht dran kommen, glaube ich, wenn der nicht zu stark kurft, die 109. Hängst du dahinter, Jos? Ja, ich hänge dahinter. Ihr seid ja zu zweit, ja. Einer fließt hinter dir auch, wenn du das nicht warst. Ja, ich geh aber jetzt raus. Ja, mach das. Ja, ich geh rein. Den halten wir schön unter Druck. Ihr seid jetzt schon Halo 10 oder sowas? Ja, ja. Ich schaue mal mit MG. Sollte eigentlich vielleicht was treffen. Okay, dann geh ich nachts hier rein. Hm, Baupart Treffer. Wir haben Kondensel bei uns übrigens. Ja, die lassen wir da oben. Torwart, ich bin raus. Okay. Ziel hart, aber rollt. Ach, komm nicht dran, bin raus. Ja, ja. Geht genauso. Von oben ist Spitty flürzt rein, aber geht eher auf die andere Spittygrad. Kommt jetzt wahrscheinlich in eure Richtung, also kurft da nicht so rum, macht ein bisschen Höhe und Strecke. Die kommt jetzt gerade runter, ne? Kommt, steigt wieder hoch jetzt, ja. Also, ich gehe mal auf die andere nochmal. Ja, ich gehe mal auf die neue, die jetzt gerade hoch zeigt. Da hängt nur 109 dahinter. Ja, irgendwo wurde. Ja, das bin ich. Ah, das war aber die andere, ja. Die neue. Die Kondens haben wir immer noch über uns, okay. Ah, sind wir jetzt alle bei der neuen. Keiner mehr bei der alten. Hm, ich weiß gar nicht, wo die alte ist. Ich guck mal hinten. Ah, die folgt uns. Ne, oder? Warte mal. Ne. Ich bin bei euch raus und schauen wir das erst mal an, was das noch für ist. Na, die, du, die zweite finde ich nicht. Ja, vielleicht ist die auch abgehauen. Ja, gib ich auch mal. Ja, befähigt war sie dann doch. Aber okay, sind wir erst mal. Du, bei uns und hier sehe. Geht es stark, aber auch. Ja, ihr seid im Moment mit der alleine. Versuchst du mal zu schneiden. Aufgeben, irgendwas ist abgefallen, quälen. Ja, ich habe auch bei Treffer. Ja, nochmal drauf geben. Ja, schön, schön. Ja, könnte Dostar gewesen sein, der ist gerade äh, gelähnt. Oh, Dostar? Ah, nicht der hier, nicht der, sondern der davor. Okay, ich kann nochmal rein stürzen, oder bist du schon dran, Jos? Äh, ich bin dran. Ja, ich weiß, aber dahinter meine ich. Ich bin auch, na sechs jetzt. Ah, ich bin draußen. Okay, dann bleib ich über euch. Okay, raus. Ah, der Jos ist ja noch ewig entfernt. Ja, nee, kannst du auch reingehen, dann? Nee, jetzt habe ich den abgebrochen. Ah. Wenn du sagst, du bist auch in der sechs, aber dann. Ja, weite sechs. Ja. Aber ich habe dich nicht gesehen, deswegen. Ja. Ah, die darf die nach Hause. Ja, ich gehe nochmal rein. Die 4B hier, die hat richtig Tempo. Ja, aber gegen Placke ist ja auch nicht so geschützt. Ja, Morredo. Ja, Morredo. Oh, das läuft doch ganz gut, aber irgendwann werden die uns mal auf die Nase geben. Ja, ich gehe jetzt in den Süden raus und mache Höhe. Jetzt wird sie so langsam herumgesprochen haben, glaube ich, dass die ein paar 109er unterwegs sind. Nein, ich sehe jetzt nur uns. Oh, jetzt hat er noch 20er mitbekommen und das soll es dann auch gewesen sein. Ich gehe einmal rein, ich komme mit viel damit gleich. Ich bin interessiert, aber. Ja, ich heiße ihr euch. Genau, ich mache wieder Rühe. War schon zu langsam. Ah, so bessere ich gar nicht. Ja, ein paar mitgeben. Ja, ein paar. Oh, ich schieße. Vorsicht. Hopp, hopp, hopp. Und jetzt kommt der Stamm, gell? Ah, ein paar Mal, ich bin raus. Oh, Dispatches, glaube ich, war das, oder? Na, Morredo. In dem Fall stand da. Ja. Ah, das waren alle 8. Ja, die hast du noch gut investiert, habe auch noch gereizt. Oh, ich habe hier St. Margeret, östlich raus. Oh, das ist das ja, Diebel? Ne, Diebel ist das unten, ne? Kleine Ding da. Ne, sein Margeret ist das, östlich raus. Da habe ich, hallo. Guck mal, hallo, 25, 30. Ja, von Dover kommt einer ran auf mich, könnte die Feindmaschine sein. Ich bin auf 30. Ich fliege gerade hoch auf Diel zu, die Küste entlang, leicht nassen Fußes, und habe in meiner halb, äh, 7 Uhr Ebene Kontakt. Achtung, Achtung. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala. Ab in Keller. Oh, Scheiße. Meine rote Lampe ist an. Ja, okay, ich sehe euch. Na, das ist ein Spitty. Wasserkühler. Der kommt wieder runter, Jos. Ja. Er fassst es noch nach Haus. Alles drehen, ey. Ja, er folgt Jos. Ich, äh, stürze dann rein. Ja, mach Kühler ganz zu hier. Warte mal, folgt er hier noch? Brauch ich ja eh nicht mehr. Ne, jetzt folgt er hier nicht mehr. Hat mich gesehen. Oh, schade. Na komm, irgendwann muss das ein erwischen. Ja, ich stürze mal auf die Spitty drauf. Ja, Spitty, macht es weiter so. Gut. Oh, ne, Luca. Ach, bin nach 21 Uhr nur auf den rechten Flügel, nicht so viel. Motor ist schon durch. Oh, so schnell, das Ding aber war zackig, gell? Ja. Ja, hab mich gut gewischt. Ja, die ist mir eigentlich fast egal, jetzt, weil es einfach wieder zu tief ist, im St. Margaret trockenen Fuß ist. Naja, ich lass auch ab. Noch ein Mini-Treffer auf den Flügel. Ja, schön, der Fall hat er jetzt auch, in Summe hat er auch was ab eingefleckt. Würde mich wundern, wenn der nicht landen gehen wird. Ach, oh, das eine Schiff ist ja hier von ganz nah gekommen, gell? Krass, wie schnell die unterwegs sind. Oder was ist denn das noch? Hängt auf dem nah, falsch herum, im Wasser. Ich nehme Schirm. Ähm, der folgt ja, glaube ich. Vorbei, ich sehe dich nicht, aber... Ja, ja. Ja, bleib schnell, der kommt... Oh, der kommt nicht. Ah, da kommt ein anderer, das ist ein Harry. Ich drück an. Ja, ich bin dann bald da, aber dauert noch ein bisschen. Ja, ist gut, dass er gerade nach... Ja, bleib einfach schnell. Ne, ähm... Ja, okay, machst du schon. Er hat erst mal abgelassen. Oh, der hat mich gut erwischt. Ähm, du bist erst mal frei. Ah, ich zieh mich mal Richtung Frankreich. Ach, das. Ähm, komm nochmal. Ne. Ich habe gerade einen leichten Blackout, aber sollte ich mich hoffentlich gleich wieder fangen, oder? Ne, ja. Ähm, curft herum über Lisa. Achtung, ich glaube, der geht auf dich, wenn du das bist. Der ist schon längst vorbei. Ja, hat ein bisschen gedauert, aber mittlerweile bin ich wieder, ähm, Blackout-frei. Ich zieh ihn einfach noch ein bisschen nach Fremdporn. Ich werde dann, wenn du er so weitermacht, dann irgendwann auf ihn stürzen. Du bist noch fit soweit? Ah, du schlüsst, du schreibst ihn gerade an, gell? Ja. Ich geh mal leicht in der Roll, vielleicht verwirrt ihn das. Ah, aus dem Winkel, naja, da wird es wenig über... Ah. Ah. Hallo. Ja, er dreht mehr, er... Doch, er dreht rum. Ich komme jetzt aus deiner... Ah, du bist vor mir. Gehst du durch? Ah, ich bin raus. Okay, Fade, war für mich zu spät. Naja, vielleicht ein Tick zu lang hängen geblieben, ja. Naja, ich war jetzt, kam zu schnell ran, sonst wäre es schon gepasst, zwei Sekunden, so war es mir ein bisschen zu riskant. Ich gehe wieder drauf übrigens, Torvald. Gibt es gerade runter? Ja, ich gehe dann hinter dir ran wieder. Ja, wir haben ihn fast auf null. Ja, wir haben ihn fast auf null. Bisschen MG, nur ein Kratzer. Ach, doch, bissl MG leider nur. Bist du dran? Äh, ja, dauert noch ein bisschen. Äh, da ist noch ein Kontakt Richtung Dover, über den Klippen. Öl bitte immer dazu sagen. Oh, Wasserflug. Äh, Halo 10 vielleicht. Ja, Viktor, ich gehe einmal kurz durch, ja, versuchst du, Vorsicht. Oh, du bist mutig. Häng an ihm. Ah, ja, schöne Treffer. Er hat Öl auch, ja, ab und raus jetzt. Fällt jetzt runter. Naja, dann sollten wir uns vielleicht langsam rausziehen, wenn da noch ein Kontakt war. Ich habe übrigens auch keine Kanonen mehr. Er ist abgesprungen, glaube ich. Ja, hauredo. Bereichen. Naja, ziehen wir uns raus, ja. Ja, hört sich doch gut an. Ja, hört sich doch gut an.